Der Landkreis Würzburg liegt im Süden des Bayerischen Regierungsbezirks Unterfranken. Die kreisfreie Stadt Würzburg ist ganz vom Landkreis Würzburg umgeben. Geografie Das Kreisgebiet wird von Südosten nach Nordwesten vom Main durchflossen. Er hat sich in ein 100 bis 150 Meter tiefes Tal geschnitten. Nördlich und westlich von Würzburg liegen vor allem Laubwaldgebiete, östlich und südlich von Würzburg der Ochsenfurter Gau, eine fruchtbare, intensiv agrarisch genutzte Landschaft. Der Landkreis grenzt im Uhrzeigersinn im Nordwesten beginnend an die Landkreise Main, Spesart, Schweinfurt, Kitzingen und Neustadt an der Eischbad, Windsheim sowie an den Main-Tauber-Kreis Geschichte. Das Gebiet des heutigen Landkreises Würzburg gehörte vor 1800 überwiegend zum Hochstift Würzburg und kam 1803 zu Bayern. 1804 entstanden die Landgerichte Würzburg links des Mainz in Ochsenfurt und Würzburg rechts des Mainz in Röttingen sowie das Stadtgericht Würzburg. Sie alle gehörten zum Unter-Main-Kreis, der ab 1838 in Unterfranken und Alschaffenburg, später in Unterfranken umbenannt wurde. 1840 wurde das Landgericht Röttingen nach seinem Amtssitz AUB umbenannt. Das Bezirksamt Würzburg wurde im Jahr 1862 durch den Zusammenschluss der Landgerichte älterer Ordnung Würzburg links des Mainz und Würzburg rechts des Mainz neu gebildet. Ebenso wurden die Landgerichte AUB und Ochsenfurt zum Bezirksamt Ochsenfurt zusammengefasst. Die Stadt Würzburg war bereits seit 1814 eine kreisunmittelbare Stadt. Anlässlich der Reform des Zuschnitts der bayerischen Bezirksamter erhielt das Bezirksamt Würzburg am 1. Januar 1880 die Gemeinde Gerolzhausen des Bezirksamt des Ochsenfurt. Am 1. Januar 1930 trat das Bezirksamt die Gemeinde Heidingsfeld an die Stadt Würzburg ab. Am 1. Januar 1939 wurde wie sonst überall im Deutschen Reich die Bezeichnung Landkreis eingeführt. So wurden aus den Bezirksämtern die Landkreise Ochsenfurt und Würzburg. Im Rahmen der Gebietsreform in Bayern wurden am 1. Juli 1972 der Landkreis Würzburg, der Landkreis Ochsenfurt sowie kleinere Teile der Landkreise Marktheidenfeld-Karlstadt, Kitzingen und Gerolzhofen zum neuen Landkreis Würzburg vereinigt. Kreissitz blieb die kreisfreie Stadt Würzburg. Am 1. Januar 1974 trat der Landkreis die Gemeinde Rottenbauer an die kreisfreie Stadt Würzburg ab. Am 1. Juli 1976 und am 1. Januar 1978 erhielt die Stadt weitere Gemeinden. Zwischen 1988 und 2008 wuchs der Landkreis Würzburg um ca. 20.000 Einwohner bzw. um rund 14%. Seit ein paar Jahren ist die Tendenz rückläufig. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf den Gebietsstand vom 25. Mai 1987. Landrat 1945 bis 1949 Michael Meisner 1949 bis 1978 Friedrich Wilhelm 1978 bis 1996 Georg Schreier 1996 bis 2008 Waldemar Zorn, seit 2008 Eberhard Nuss. Seit der Landkreisreform 1972 besteht der Landkreis Würzburg aus den Altlandkreisen Würzburg und Ochsenfurt. Hinzu kamen kleinere Teile der früheren, heute nicht mehr existierenden Landkreise Gerolzhofen, Karlstadt und Marktheidenfeld sowie dem Vorgänger des jetzigen Landkreises Kitzingen. Im Wappen wird an die wichtigsten Herrschaftsinhaber im Kreisgebiet vor dem Ende des Alten Reichs 1803 hingewiesen. Die drei silbernen Spitzen stammen aus dem Wappen des Hochstifts Würzburg, das den größten Teil des Kreisgebiets beherrschte. Ihm gehörten die Ämter Ochsenfurt, Röttingen, Bütthardt und AUB an. Die Spitzen waren auch Bestandteil der Wappen der Altlandkreise Würzburg und Ochsenfurt. Die Löwen stammen aus dem Wappen der Grafen von Limpurg-Speckfeld. Ab 1412 Hohen-Rue-Speckfeld, sie hatten Herrschaftsrechte im Gebiet des Altlandkreises Ochsenfurt. Die Lilie wurde dem Wappen des St. Burkhardus-Stifts in Würzburg entnommen, das ebenfalls im Kreisgebiet Herrschaftsrechte besaß. Die Lilie war auch Bestandteil des Alten Kreiswappens. Das Wappen wurde am 19. Dezember 1974 verliehen. Geteilt, unten gespalten, oben in rot drei silberne Spitzen. Unten vorne in Gold ein Moor mit grünem Ländenschutz und einem Strauß aus drei roten Rosen, hinten in blau eine silberne heraldische Lilie. Das geteilte Wappen zeigt oben den sogenannten fränkischen Rechen. Im gespaltenen unteren Wappenteil ist vorne der Moor mit drei roten Rosen aus dem Wappen der Grafen Wolfskehl von Reichenberg zu sehen. Hinten weist die Lilie auf das Ritterstift des Heiligen Burkhardt in Würzburg hin. Beide, die Grafen und die Mönche, besaßen wesentliche Teile des Landkreisgebiets. Das Wappen wurde am 16. Januar 1957 verliehen. Der Landkreis pflegt Partnerschaften mit dem Landkreis Matei Yehuda in Israel und dem Landkreis Olemek in Tschechien. Wirtschaft und Infrastruktur Würzburg ist als Knotenpunkt von Hauptheisenbahnlinien über Bayern hinaus bedeutsam. Die erste Strecke wurde durch die staatliche Ludwigswestbahn schon 1854 von Bamberg über Schweinfurt herangeführt und durch das nunmehr als königlich-bayerische Staatseisenbahnen bezeichnete Unternehmen Mainabwärts als Main-Sperrsart-Bahn nach Gemünden-Aschaffenburg weitergebaut. Zehn Jahre später eröffnete man 1864 die Strecke nach Ochsenfurt ans Bach-Treuchtlingen. Im folgenden Jahr 1865 wurde die Direktverbindung nach Nürnberg vollendet und 1866 war auch die Frankenbahn über Lauda nach Stuttgart vorhanden. Drei staatliche Lokalbahnen erschlossen nach der Jahrhundertwende die ländlichen Gebiete im Umland mit Strecken von 43 Kilometer Länge im heutigen Kreisgebiet. 1907 wurde die 33 Kilometer lange Gaubahn von Ochsenfurt über Biberehren nach Weikersheim eröffnet. Die 1909 in Biberehren eine Abzeigung über Rheinsbronn zum vier Kilometer entfernten Kreglingen erhielt. Ebenfalls 1909 begann der Betrieb auf der Stichbahn von Seligenstadt über Untereisenheim nach Volkach deren Streckenlänge sechs Kilometer betrug. Die Einstellung des planmäßigen Personenverkehrs erfolgte 1967 zwischen Biberehren und Kreglingen, 1968 zwischen Seligenstadt und Volkach und 1974 zwischen Ochsenfurt und Weikersheim, später wurde auch der Güterverkehr eingestellt. Während die Gaubahn abgebaut ist, wird die Main-Schleifenbahn touristisch genutzt. Danach blieb noch ein Netz von Hauptbahnen von 106 Kilometer Länge in Betrieb. Im Jahre 1988 verkürzte die Deutsche Bundesbahn die Verbindung Würzburg-Fulda durch eine Neubaustrecke. Die alte Strecke dient seitdem nur noch dem Nahverkehr und dem Güterverkehr. Die Bundesautobahn 3 erschließt den Landkreis Würzburg in West-Ost-Richtung. Am Autobahn-Dreieck Würzburg-West zweigt die Bundesautobahn 81 nach Süden ab. Den Nordosten des Landkreises durchquert die Bundesautobahn 7 in Nord-Süd-Richtung. Künftig soll nach Planungen die vierspurige Autobahn-ähnliche Bundesstraße 26 N von der Anschlussstelle Helmstadt der A3 über Karlstadt und Arnstein bis zum Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck auf die A7 und die Bundesautobahn 70 führen. Um den Landkreis Main-Sperzart anzubinden, das Teilstück vom Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck bis Karlstadt ist im vordringlichen Bedarf. Für das restliche Teilstück bis zur A3 besteht bereits Planungsrecht. Städte und Gemeinden Vor der Gebietsreform hatte der Landkreis Würzburg 45 Gemeinden-Schutzgebiete. Im Landkreis gibt es 18 Naturschutzgebiete, 8 Landschaftsschutzgebiete, 12 Geotope und 14 ausgewiesene FFH-Gebiete. Siehe auch Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Würzburg Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Würzburg Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Würzburg Liste der Geotope im Landkreis Würzburg Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen WÜ zugewiesen. Es wird durchgängig bis heute ausgegeben. Seit dem 10. Juli 2013 ist auch das Unterscheidungszeichen auch erhältlich.